Dieses, äh, was gibt's denn da drin? Gibt's da drin vielleicht was Feines? Äh, trink da einen Kaffee. Irgendwie würde ich ihn doch gern erstmal irgendwie auslöschen. Oder nicht auslöschen, aber nochmal warten, bis er jetzt wieder rüberläuft, weil ich gerne mal wissen würde, was da... Gibt's da was drin? Nee, das sieht mir nicht so aus. Das war knapp. Da hab ich ziemlich lang gebraucht. Oh mein Gott. Blöden Viecher, Ruhe. Upgrades. Mehr Fähigkeiten zum geräuschlosen Töten, Ausrüstung und Upgrades können jetzt mit dem komische, fuckelische Zeichen freigeschaltet werden. Hol dir mehr komische, fuckelische Zeichen, indem du Level abschließt. Siegel wertvoll, ach, wertvoll, ja. Vervollständigst und Rollen findest. Weitere Upgrades werden verfügbar, wenn du... Oha. Oha. Da haben wir ja jetzt hier drei Tech-Bäume. Finde ich ja richtig nice. Kaiserlicher Abgrund. Während du direkt unter einem Feind stehst oder hängst, drücke nach oben und X, um ihn in sein vorzeitiges Grab zu befördern. Okay. Da haben wir hier den Roundhouse-Kick. Hm? Etzala. Halte nach oben und drücke X, um einen Drehkick auszuführen, der deinen Feind in die Luft schleudert. Das hört sich ja auch schnieke an. Hab ich die hier schon? Ne, ne? Hab ich alle noch nicht. Mensch. Das ist im Besitz. Dafür brauch ich sechs jeweils. Dafür brauch ich nur drei. Ja, wisst ihr was? Warte mal. Drücke X, während du an einem Haltepoken tankst, um deinen Feind zu packen und ihn zu erwürgen. Das ist ja auch geil. Ne, weißt du was? Dann machen wir die... Ich will die... Hallo? Achso. Machen wir Spielfortschritte. Ach, Menno. Menno. Das wollte ich auch noch haben. Aber jetzt... Achso. Oder... Ja, und jetzt mach ich weiter. Und jetzt hab ich's ausgerüstet, oder? Fertig. Ja, lassen wir mal so erstmal. Aber cool. Mag ich. Dass man hier auch ein bisschen skillen kann. Ob ich jetzt hier irgendwie noch Ausrüstung finde oder so, bin ich auch noch... Huh. Da bin ich ein bisschen schnell hoch. Jetzt mit der sich... Ach, da ist er mein Hase. Hallo. Schatzelein. Schatzelein. Ist in Ordnung. Wenn ich's nicht mach... Weißt du? Wenn ich's nicht mach, möchte's ja gar keiner. So, das könnte jetzt gefährlich werden, weil ich könnte hier im Sichtradius von diesem H-Jub sein. Uh. Uh. Uh, knapp. Scheiße. Ich schleiche. Lass mich schleichen. Ich hab mich versteckt. Ich hab mich versteckt. Ja, hab mich gefunden. Haha, findet mich doch jetzt mal hier. Oh mein Gott. Hier hab ich mich gefunden. Hier rein. Hier findet ihr mich nie. Ihr Boons. Heieieieieiei. Das war jetzt aber grad... Ach man, hier unten. Hier unten haben wir wieder was, was wir haben wollen. Natürlich. Ein Artefakt. Huh. Da will ich dann doch nicht lang gehen. Aber ich will eigentlich mal gucken. Ich will gucken. Gucken. Gucken kann man mal. Nur gucken, nicht anfassen. Man kennt's. Okay, wir haben hier also... Oh. Der hat grad bös gegrinst. Habt ihr es gesehen, wie der gegrinst hat, der Kerl? Naja gut. Das war ja dann mehr Glück als Verstand jetzt hier gerade. Oder wie ich das immer in einen, äh, gewollt. Ah, der ist noch ein bisschen krimisch drauf. Aber so schnell sind wir hier oben. Der schläft. Da hinten gibt's bestimmt auch noch was. Hm. Aber wir müssen eigentlich erst mal da hin. Das ist die oberste Priorität. Aber wenn ich da jetzt hochrücken... Da jetzt hochrücken... Machen wir dir mal... Komm, schlaf für ewig weiter. Ziehen wir dich mal hier aus diesem... Dings raus. Okay, die Türen brauche ich ja... Ich glaube, die Türen gehen nicht mal. Okay, I heard you were on the ninja raid. You bet. Here. I cut a trophy off one. Hm. Wenn ich jetzt natürlich einfach... Hier rüber hüpfe. Und wie? Oh, Mission Impossible. Ja, you can see me. Das glaub ich net, dass du mich sehe kannst. Wann scherz jetzt hier, du schalst alles leise mach. Äh, leise mach. Ich schalte alles aus. Und hier kann ja eigentlich keiner runterkommen. Mission Impossible. Dum, 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 dum. Dum. Was mir merkt. So, das tut mir. Das ist alles. Finde die Wache des Kuriers. Oh, die ist da unten. Oh, meine... Leute, das Ding geht ja noch ewig hier, so wie ich das sehe. Ja, super. Dann kann ich eine ganze Folge pro Level machen, wenn die alle so lang sind. Oder wenn ich mich überall so dumm anstelle. Dann wird diese Geschichte hier noch länger dauern. Das glaubt man. So, schön schleichen. Stay in the shadows. Wo geht's denn eigentlich hin? Ach ja, Mensch. Map Ende. Ähm, der Hund schnieft. Leise. Schnell den hier abmolkseln. Und runter springen. Hier ist mal verstecken, weil die haben den Typen gefunden. Jetzt gibt's erstmal wieder Minuspunkte, weil Leiche wurde gefunden. Alarm ist ausgelöst worden. Hier ist einer tot. Minus auf den Punkt. Ja, vielen Dank. Ich brauch die gar nicht. Leute, ich brauch die Punkte nicht. Ich brauch sie nicht. Ich werd jetzt hier einfach gediegen. So, siehst du, das war's jetzt schon wieder. So, schleichen, schleichen, schleichen. Das ist das, was ich am besten kann. Gucken wir mal hier. So. Okay, wir schauen uns das mal an. Da unten ist eine rote Kiste. Nach Gegnern sieht das bis jetzt hier nicht aus. Gebäude 6. Ah, das ist Equipment. Ah, das klärchen. Ah, da ist er wieder. Hallo, Schatz. Na, Hase? Was kriegen wir denn? Eine Rauchbombe. Ja, geil. Blockieren Laserfallen. Und die sich deine Gegnern. Das ist natürlich richtig. Das kann ich natürlich auch auf mich hier machen. Oder ich schmeiße einfach irgendwo hin. Ja, ja, das hab ich grad gelesen. Hm, 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 hm. Gut, also hier geht's nirgendwo lang. Dann vielleicht einfach mal da hoch. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ach, da oben geht's weiter. Aha. Das ist ja geil. Das feiere ich ja ein bisschen. Okay, das sieht aus wie ein Boss. Pass auf die Tür auf. Nix, hey. Kannst du haken, mein Freund. Jetzt weiß ich, wo er hingelaufen ist. Lol. Missklick. des Todes. Geh da rein. Wir sind ja direkt wieder hier. Oh, das war jetzt knapper. Da wär ich grad nochmal draufgegangen. Okay, wo ist er? Da ist er nicht. Ist er hier in dem Raum? Da ist er. Alles klar, dann müssen wir ja folgen. Jetzt geht er auch noch mit ihm. Aber das soll mir eigentlich schon ans Recht sein. Ah, der ist schon mal umgedreht, der Mann. Hast du gesehen? Warte mal, der geht da ja jetzt hoch. Geht's hier rechts irgendwo noch weiter? Da sind nochmal Dings, aber ich hab keine Rauchbomben mehr und 100 Pro ist da eine Schriftrolle. Ich wette es. Geht's hier rechts. Nee, lol. Okay. Das war blöd. Gut, ich konnte nochmal aufhalten, den Dude. La, ich bin in the shadows. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich bin doch closer. Der kommt doch zu mir hier. Ich bin doch schon ein Schritt weiter. Hund. Ja, genau. Böser Hund. Oh, der Hund nimmt seine Reichweite, ist ja aber auch Doom. Die ist richtig Doom. Geht's hier oben rein, okay? Ich kann mich an die Schaltungen. Schau oben rein. Was macht der Schalter hier? Ah, mach auf. Komm. Oh, ist hier noch ein zweiter Schalter? Ist er nicht. Ja, ich... Oh mein Gott. Ja, da bin ich jetzt gerade am Machen, am Tun. Warum ging das da aber gerade jetzt nicht? Warum ging jetzt gerade die Tür nicht auf? Und wie soll ich denn das machen? Ich hab keine Rauchbomben mehr. Ich habe keine Rauchbomben mehr. Achso, ich könnte ja natürlich... Natürlich, die haben ja an alles gedacht, falls... Falls du keine Rauchbomben mehr hast, kannst du auch ohne lang gehen. Ah, jetzt habe ich da oben auf grün geschaltet. Ah. Ja, ja, so ergibt das alles einen Sinn. Das, äh... Es wird zu einem schönen, großen Gesamtbild. Und jetzt lasse ich mich hier noch schnell erwischen. Hallo. Wollt nicht stören. Machen wir hier die Schalter um. Eine Rauchbombe bekommen. Geil. Feier ich. So, und schauen wir mal, wie sieht es denn hier aus. Das Ding ist straight. Wollt kann ich denn hier hinein? Eine Schraubbombe. Geben wir nochmal hier das Messer. Oh, Leute. Da kommt noch ein zweiter. Weird. The light went out. Ist jetzt doof? Hatte ich mir schöner vorgestellt. Everything seems fine. Ja, everything seems fine. My friend. Der guckt jetzt immer nur nach vorne. Okay, dann muss ich es anders machen. Muss ich jetzt da hinten das Lichtchen ausmachen. So ungefähr. Zack. Ja, ich hab da was gehört. Geh mal da hingucken. So, pst. Ruhe. So, die Tür ist zu. No, man ist... Oh, da könntest du den Hund wecken. Das wünsche ich natürlich nicht. Das würde halt beide... Das würde halt beide stutzig machen, wenn die dann da hängen. Mal gucken. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da hoch muss ich irgendwo. Das heißt, da ist irgendwo der Schalter hinter der Töle. Oh, wie geil das aussah. Habt ihr das gesehen? Ja, ich muss theoretisch gesehen erst mal da oben. Zack. Geht mal da hoch gucken. Ja. Ja, ja. Also, ich hab das gehört. Ich ganz allein. Na, super. Jetzt hat er den auch noch gefunden. Oh. Weil der da... Aber das ist egal. Pssch. 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 Kann ich den... Kann ich die scheiß Töle irgendwie abnurksen? Ja, der Busch hat mit einem Messer nach dir geworfen. Der Busch war's. Ich glaube, Hunde kannst du nicht töten. Das würde ich auch fast gar nicht wollen. Das würde ich fast gar nicht wollen. Jetzt muss er so lang... Wie lang der da unten noch ist. Schnell den Hebel umschalten. Dann da hoch. Und dann da rein. Ha. Wunderschön. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch gehen die denn? Ja, das ist eine moderate Größe. Das heißt, ich müsste... Wenn ich da hänge, dürfte mir nichts passieren. Kann ich wenigstens schon mal den einen ausschalten. So, und jetzt kommt... Ja. Schwing. Oh, ganz knapp vor dem Ding. Das macht schon Spaß, das Spielen. Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht Spaß. Ich feier's. Ich find's richtig cool. Okay, da ist jetzt natürlich die Frage, nehmen wir den Weg hier, weil... Ach, verdammt, das muss ich manuell abschalten, oder was? Das ist natürlich die Frage, wie tief geht denn das? Äh, das geht jetzt nicht so weit, ne? Wie soll ich denn das machen am blödsten? Muss ich eigentlich auch... Muss ich doch eher hier lang, aber da kann ich ja eigentlich auch so nicht lang. Ja, klauen würde ich es natürlich eher, aber dann muss ich ja irgendwie hier mal in diesen Raum rein. Und das Problem, was ich habe, ist, dass... So, hier an die Wand. Am besten so. Ne, schade. Da hat noch ein Stückchen, wenn ihr es gesehen habt, da hat noch ein Stückchen vom Dings gehört. Warum? Ich weiß auch, was ich zu machen habe. Shade the line. Ich muss nur gucken, ob ich das jetzt hier so bescheiden geschehen will. Ne, krieg ich nicht. Warum denn nicht? Ich hab gedacht, was macht hier die Laser? Ruddl, ruddl, ruddl. Der, ach, da ist er. Okay. You can just kill him and take the device. Ha. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Ja, ich würde es, ich würde es gerne stealen. Weil, ne, so ein bisschen mehr merciful. Was hab ich denn hier falsch gemacht? Wenn ich das jetzt hier droppe. Ich hab halt nur noch diese eine. Ist denn das für ein Geknatter hier? Knackt hier einer die ganze Zeit ein Schloss oder was? Oder was macht er da unten? Das ist, das ist jetzt gerade echt ein bisschen tricky hier. Ich kann mich fallen lassen. Ne, das will ich eigentlich schnell. Lüftung betreten. Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Ne, 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 ne. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier... Ohne sein. Da hab ich ihn aber ganz schön gut geklaut, ohne dass er es gemerkt hat. Seit Pulsuhr setzt jetzt Alarm. Das war natürlich... Das war natürlich jetzt klasse. Hier, ich will... Verdammte, komm, ich nenne sie wieder hoch. Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, ich bin so am Arsch. Ja, okay, rennen, rennen ist ne gute Idee. Und rein da. Okay, und wie? Okay, diese krasseste, höchste Alarmbereitschaft. Die laufen, diese dummen Tönen laufen halt auf. Die laufen halt auf so. Boah, der sieht mich doch instant. Ha, jetzt häng ich hier fest. Die haben so... Die haben so scheiß Laufwege, die zwei. Schön, dass ich jetzt wieder eine Rauchbombe hab. Ja, erschieß mich. Komm, erschieß mich. Erschieß mich doch. Okay, das war ja eh gerade saublöd gewesen. Nee. Nee. Tschüss.